und erneut heidi ho ihr alle dieses mal dj short blueberry auch von 420 farmer bestellt über die über die körnebach apotheke und es ist verdammt geil also auch wie das tropicana cookies ganz lila aber diesmal mehr indica lastig als sativa lastig wobei man es auch tagsüber nutzen kann sofern man ausgeschlafen ist aber sonst nicht zu empfehlen der hier auf jeden fall eher wie so ein müder kloster durch die gegend läuft aber auch komplett lila das dj short blueberry 22 1 übrigens also 22 prozent thc und die bats die sehen manchmal so richtig geil aus also seht euch mal den hier an ich habe den nicht so gepflückt sie ist so angekommen mit dem licht hier manchmal die sieht einfach verrückt gewachsen aus kleiner hinweis die letzten drei minuten video sind mit besserem licht so the last three minutes video are with better light so eine keller rippert auch ein bisschen grün dabei moment moment Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich würde sagen, auf jeden Fall empfehlenswert die Sorte. Vor allem wenn ihr auch so Purple-Fans seint. Ja und sonst, es enthält denke ich mal auch Pinene, also es schmeckt extrem danach. Oder Linalol. Also es fühlt sich auf jeden Fall bei meiner Depression hilfreich an. Also bei meiner manischen Kategorie. Der ist ja auch nochmal hier dann ein bisschen verschieden. Und hier, for the English people again, DJ Short Blueberry. Also es ist wirklich sehr hilfreich für night time, instead of day time, wie die Tropicana Cookies. So you can spend your day completely purple. So I don't know if you can find it, but if so, then it should be looking somehow like this. Alright you all. Thanks for watching the DJ Short Blueberry. Danke fürs Zusehen Leute. Goodbye. Und bevor es zu einem Ende geht, kommen wir noch ein bisschen weiter zu ein paar Infos. Before we come to an end, we'll get on to some more Infos. Und hier nochmal das DJ Short Blueberry von 420. Eine geniale Indica-Sorte, die euch langsam aber sicher schon ein bisschen länger einschlafen lässt. So, zumindest klappt das bei mir sehr gut. Die Knollen sind hier sehr interessant geformt, muss ich es schon sagen. Was die Lichtverhältnisse angeht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also das hier und das Tropicana Cookies und man hat auf jeden Fall ein lila Erlebnis. So in the US, if you ever, or in other countries, if you ever find the strains Tropicana Cookies and DJ Short Blueberry and you have a purple day completely, Tropicana for daytime, this for nighttime, then I bet in that case nothing can stop you. At least you feel really happy with it. ein bisschen C numbs und ihr irraten. Insofern, Vielen Dank. Diese Knalle sieht auf jeden Fall verrückt aus. Ich habe auch noch nichts von der abgenommen und vielleicht wurde ich hier oben was abgetrennt. Aber dann sah die ja noch verrückter aus. Zu verrückt für meine Kamera. Ja das sind schon traumhafte Nuggets und wir sind auch wieder zurück im Deutschen. Willkommen. 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 Willkommen.